So, ich muss aber noch einen suchen, so dass ich da mal was alles sehen kann. Wie sieht es denn mit dir aus? Ich habe gar keinen Bock. Gucken wir mal. Okay, damit ich wenigstens mal die meiner direkten Nachbarschaft weg bin. Ach, der Finger ist... Ja, Überdehnung ist auch nur eine Zahl. Das ist wie beim Daten, weißt du? Alter und Überdehnung ist einfach nur eine Zahl. So, was ist mein Kriegsziel? Take Bay. Ich take mal Bay. Ah, perfekt. Eine Kolonie ist selbst ein, Bruder. So, jetzt gucken wir mal, ob alles stimmt hier. Alles sieht gut aus, glaube ich. Ja, keine Ahnung, dann scheiß ich auch noch ein kompletter Marsch. Mein Gott, der Stream bleibt doch jetzt VOD. Der ist auch am Arsch. Alles scheiße hier mit der Scheiße. So, Atlanta auch noch angreifen. Alter. Lieber nicht. Wäre langsam groß, die Nachbarn. Oh, Chicago hat sich auch gegönnt. Oh, doch. Die haben nicht gespart. Delfinio hat noch mal mehr Krieger reingezogen, guck mal. Guck dir mal die Liste an, okay, doch. Boah. Jung. Hat sich jemand wirklich so viel gegönnt, ne? So viel ist das doch gar nicht. Erst mal halben Weltkrieg hier starten, weiß ich. Aber sie sind positiv, Delfinio. Komplett einniktieren können sie dich nicht. Ne, ich weiß nicht. Also wenn jetzt noch ein dritter kommt, ne? Oh, sie posten aber Konferenz. Aufteilung. Okay, man gewöhnt sich aber recht schnell an den Neuen Einstieg. Aber auch Osten und Westalbaniak. Ja, ich leh mich mal zurück, ne? Was macht ihr denn? Warte mal, ich hab ja noch ein paar Zwergen. Ist doch wirklich nicht so schwierig, wirklich. Was? Irgendwann, irgendwann muss das. Ich hab viel Entwicklung. Chicagoland hat 804. Ja, läuft. Aber die haben die Institution noch, ne? Ja. Besser ist das. Naja. Der Fühner macht das schon. Ich hab die Zahl schon wieder vergessen, dass man da drauf geachten muss. Ja, aggressive Überdehnung. Die erinnert dich schon, wenn du es übertrieben hast. Überdehnung ist okay, aber... Äh, ja. Expansive. Aggressive Expansion, so. Ja, das Spiel bums schon hart zurück, ne? Das übertreibst. Das muss er sich leisten können. Ich hab doch gar nicht so viel genommen. Ja, wenn du mit Großmacht startest, dann hast du ruckzuck nur noch große Mächte. Gibt's nicht mehr Mod, wie das abschaltet und dann können wir es mal... Gibt da so eine AE-Mod hier mit, dass es ausgeschaltet ist. Das, genau das müssen wir nutzen, um... ...dass der Feenio endlich Spaß hat. Nein, das kann's ja geben, aber ich find's ein bisschen übertrieben hart, ne? Ja, aber lieb... Ja, keine Ahnung. Ich bin auch sehr einfach. Da hast du, glaub ich, minus 50% oder so. Also, minus 50% AE. Irgendwie so. Ja, der ist die KI ja zu schwach. Naja. Mal gucken, was übrig bleibt, ne? Soll ja auch nicht so einfach werden. Ja, das Kaiserreich wird's dir danken. Bist du lustig? Ich kann auch kein... ...kein Angebot vorschlagen. Minus 30% hat's ja leicht. Gibt noch ne Mod, die heißt Insanely Easy. Eine Provinz, 100%? Da hast du minus 100% Provinz-Core-Kosten. Minus 100% Friedenskosten. Also Friedenspunkte-Kosten. Minus 100% AE. Plus 100% Moral. Okay. Also alles, da wird alles... Plus 100% oder alles negativ, minus 100%. Ja, da kannst du... Hab ich mal gespielt, kannst du mit... ...drei, vier Kriegen... ...einfach halb Europa hochfahren. Können jetzt die Idee durch Bayern mir noch einen coolen Nisten holen. Aber ich muss ja gleich noch Länder integrieren. Dann lassen wir das vielleicht lieber noch einen Moment. Es gibt ja auch noch... ...ääh... ...bei... ...reformen... ...bei... ...also hier... ...regionsreformen gibt's auch noch Exploration of the New World, wa? Ja, das kann ich mir aber erst... ...könne ich... ...darauf könnte ich wechseln, wenn ich... ...hier Dingens hätte. Hättest du noch einen Kolonisten? Ja, davon habe ich eben geredet. Wenn ich die Idee vervollständige, dann hätte ich das, aber... ...administrative Punkte brauche ich gleich, um Sachen zu integrieren. Das ist ne Belagerung, fertig. Hm, oh, hab ich aufgefangen. Mann, die lebt ja immer noch. So, jetzt muss ich mal eingreifen, aber... Ach, warum nicht? Ich bin... Ich glaube, ich habe... Das schaust du... ...gewinn, ich bin rechts. Ich bin auch rechts. Die haben einen Terrain-Ark-Bzug. So, noch einen Mal hinterher. Boah, das... ...das sitzt jetzt. Der hat gesessen. Er hat mal die ganze Armee weggebracht. Er hat mal 14. Oh, die haben kapituliert. Ah, kein Problem. Ich muss jetzt hier noch kurz warten. Dann muss ich mal gucken. Also, kein Problem zurückgeben. Dass ich jetzt nicht gleich übertreibe. Wenn wir zu viel nehmen, aber wir wollen es noch nicht zu wenig nehmen. Ich würde auch gerne Verbindung zu meinem Vasallen herstellen. So, muss ich überhaupt noch die Festung fertig erobern? Wenn wir die Kapitulius haben. So. So, ich muss schon auf den Diplomaten warten. Ich muss jetzt kommen. So. 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 Ich glaube, ich nehme nur das, worauf ich Anspruch habe, aber wobei, dann komme ich hier nicht hoch und muss doch mehr nehmen. Ich muss es mir nehmen, geht nicht anders. Ich muss mir doch mal alles nehmen, geht gar nicht anders. Ich gehe sogar mit den Kosten dieses Mal. Ich hatte mehr erwartet. Und das ist wieder ein Kolonialzugang. Damit das praktisch sein geht. Wow, wir wachsen ganz schön schnell. Jetzt muss ich über das Jahr noch abwarten. So viel darf ich noch nicht nehmen, sonst ist Atlanta mit dabei. Das wollen wir schon mal gar nicht. Der Fino lebt noch? Ui! Sieht so ein bisschen gerupft aus. So sieht er immer aus. Wir gehen gar nicht anders. Ja. Nix neues. Das ist billig. Und gibt wenig AE. Schön, dass ich meinen Verbündeten behalten konnte. Das ist unerwartet. Unerwartet. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas, ja. Ja, sieht aber auch schon ein bisschen gerupft aus. Das Medifine verbündet, was erwartest du? Der Geist. Aber egal, damit kann ich noch leben. Ist das noch okay? Mal gucken, ob ich den Kleinkrieg jetzt hier noch gewinne. Mhm. So. Ach, Atlanta war da oben. Boah, schwierig. Ja. Wenn ich mir alles nehme, kommt Atlanta mit. Habe ich gar keinen Bock darauf. Wie viel Kriegsmöglichkeit habe ich denn? Kann ich es mir noch leisten, ja, zu warten? Kann ich es mir noch leisten, ja, zu warten? Na, ist auch wieder schwierig. Ja. Kann ich es mir noch leisten, ja, zu warten? Nicht alles. Dann nehme ich mir halt nur zwei. Sollte ich die Idee noch voll machen? Ja komm, mach die Idee noch voll. Toll, ich wusste, dass es so schnell geht, habe ich gewartet mit der Regierungserfahrung. Die wechsle ich jetzt schon wieder. Nein, es kostet nur 15. 10. So, wo ist denn jetzt? So, fünften Kolonisten. Also du bist jetzt schon sicher Platz zwei. Ja, aber Chicago landen, ne? Die Glänter ist auch weit runter. Muss man die Armee mal vergrößern. Sollte ich vielleicht mal wirklich tun, ne? Ich hätte noch nicht einmal das Limit 60 ist, mein Lieber. Ich bin aber bei 40. Sollte ich nicht. Aber wo bin ich das Geld für hier? Aber wo bin ich das Geld für hier? Also, also da ist es nicht mehr. Ich bin aber noch zweifelig. So bei 90. Ich bin gegenüber 50. Und ich bin jetzt 70. Oh, ich kann ihn nicht fossilisieren. Hm, mein Wert ist plus 4 und durch die Diplomation bekomme ich minus 4, d.h. das würde nie fertig werden. Sehr gut. Dann gehen wir die wohl nicht annektieren so schnell. Was soll ich das tun? Ja, Siddler Increase plus 10%, das brauchen wir noch. Dann muss ich jetzt mal warten bis ich die Technologie gefördert habe. Technologie überbewertet. Früher haben sie auch mit Steinen und Stöckern gekämpft. Und haben verloren. Egal. Überbewertet alles. Oh, das Spanade wird jetzt mal geaufbauen. Das Reich wird ja mal größer. Welches? Das reilige Römische. Ja, der Fino muss einfach mal... Moment mal... Die Solomon... Die sind Kaiser da unten, okay? Der Kaiser sitzt bei uns. Wie? Ja, guck mal wo der Kaiser ist. Okay. Greif den mal an. Ne, ist zu weit weg. Lol. Welche Religion musst du denn haben, um Kaiser zu werden? Katholisch? Äh, es ist Religionsfrieden. Ach, darf jeder, ja? Es ist Religionsfrieden. Könntest du dich ja auch einschleimen. Ja, das wird's hier nicht richtig brauchen. So...